Ein eisiges Hey-Ho und Willkommen zur dritten Folge Critical Ops. Wir können leider kein Bombenzenario machen, weil das lag einfach nur und das geht einfach nicht. Deswegen machen wir Dive-Match. Ähm, ich glaube, ich nehme mal die Haka. Ich glaube, ich nehme die Haka. Okay. Einige Ballad. Schauen, wie lange ich jetzt überlebt. Ah. Das ist mir. Ich sehe die Haka. Ich sehe die Haka. Das ist schon wieder offen, ich habe niemand's checken. mal schauen fack jetzt hat er es bemerkt Ähm, ich glaube nicht, dass ich hier so glänze. Fuck Ähm, ich nehm die Ähm, ja Wir lieben alle Bugs Ach man Ja Ich hab das so nicht okay gemacht Und jetzt Denkst ich merke es nicht Ich hab das so nicht okay Ich hab da keine Munition mit Oh mein Gott, richtig Heftig, richtig Ich hab das so nicht okay Schnell wieder raus Und wir haben 179 gewonnen Sieg Schnell wieder aufs Schlachtfeld Ich hab das so nicht okay 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 Okay Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, ich mache jetzt die Messer-Challenge. 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 Oh, my God. Ich glaube, ich mache jetzt alles. Ich glaube, ich mache jetzt alles. Ich glaube, ich mache jetzt die Messer-Challenge. Cuts! Cuts! Um... Junk! Cuts! Cuts! Oof! Cuts! 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 die markpladen und die 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 Das war's mit dem Video und einem Video.